Eine große Hilfe sein, sogar zum Beispiel im Haushalt. Gerade für Menschen mit Behinderung oder Ältere kann ein Hund viele Aufgaben erledigen. Wie das genau funktioniert, hat Sascha Sporschel herausgefunden. Vorsichtig zieht Collie Blasey an der Socke seines Frauchens. Ob beim Ausziehen oder Müll wegbringen, die Collies Blasey und Sela und Labrador Gandhi sind wahre Multitalente. Wie die Tiere im Haushalt helfen können, demonstrierten Felice Erfurt und Ilona Bode vom Deutschen Ausbildungsverein für Therapie- und Behindertenbegleithunde im Krankenhaus Ellbruch. Zum Beispiel sind unsere Hunde in der Lage, Ampel zu betätigen, Licht an und auszumachen, Türen zu öffnen, zu schließen, Socken auszuziehen, Handschuhe, Jacken auszuziehen. Oder auch im Haushalt Waschmaschine auszuräumen, die Wäsche vom Wäscheständer zu nehmen, solche Sachen halt. Ja, sie haben richtig gehört. Wie Sela hier eindrucksvoll demonstriert, können die Hunde auch Wäsche abnehmen. Bis zu drei Jahre dauert die Ausbildung zum Begleithund. Die Hunde werden dabei früh mit dem späteren Besitzer zusammen trainiert. Wir bilden grundsätzlich die Hunde bei den Personen aus, wo sie als Welpen aussehen, weil die Bindung einfach stärker ist. Weil wenn ich einen Hund woanders ausbilde und nach einem Jahr oder zwei Jahren dieses Tier da rausziehe und das Tier versteht das nicht, dem kann ich nicht erklären, so jetzt bist du soweit ausgebildet und kannst zu jemand anders gehen. Die Bindung geht kaputt. Und die Bindung ist das Allerwichtigste, ist das Fundament überhaupt bei einer Ausbildung und auch bei der späteren Zusammenarbeit zwischen Hund und Teamführer. Die Hunde können für Menschen mit Behinderung nicht nur praktische Helfer sein. Sie helfen auch, den Glauben an sich selbst zu stärken. Natürlich, meine Hunde bringen mir viel, viel mehr Selbstständigkeit. Vor allen Dingen auch das Bewusstsein, ich habe was geschafft, obwohl ich behindert bin und auch sehr oft ausgegrenzt werde durch meine Behinderung. Aber die Hunde geben mir natürlich dieses Vertrauen, ich habe was geschafft, ich arbeite mit meinem Tier zusammen und erreiche natürlich eine Menge. Unter www.behindertenbegleithunde.de finden Sie weitere Informationen zu Therapie und Begleithunden und deren Ausbildung. Das war Düsseldorf Aktuell für heute, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn Sie mögen, dann...